werde jetzt kanalmitglied und nutze unsere community app wie das ganze funktioniert findest du in einem weiteren video in der video beschreibung so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming ich grüße euch recht herzlich auf unserem kanal und habe wieder mal ein game key sprich eine vollversion kostenlos von meinem partner game news.de bekommen danke noch mal an euch auch hier wieder kommen fast gar nicht hinterher die letzten tage mit neuen spielen auch die ich durch euch bekommen habe daher natürlich jetzt auch mein angespielt zu chernobyl light und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein und da ich mir halbwegs entspannt mit euch anschauen möchte habe ich jetzt hier alles mal auf leicht gestellt denn es geht mir ja jetzt hier in erster linie um einen ersteindruck und den möchte ich natürlich nicht gestresst mit euch teilen sondern halbwegs in einem spielerlebnis dass ich auch noch gut kommentieren kann ich bin komplett gespannt was mich jetzt erwartet und dann schauen wir mal rein korporation NAR начинает испытания новейшей разработки технологии рекультивации в конце 90-х питомников стесу некоторые никогда таки не бросили свои дома а кто-то даже вернулся обратно длительно вывезены из зоны очереди демонстрации в разных городах 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды шайка преступников они ставят себя выше закона что скрывается окей ich habe nur gelesen dass es um igor geht die hauptperson die seine freundin vor 30 jahren in irgendeinem zusammenhang mit der chernobyl katastrophe verloren hat und dann steigen wir mal ein der beginn sieht auf jeden fall vielversprechend aus igor, просыпайся соня смотри-смотри вон там а помнишь эту поляну за деревьями там ты сделал мне предложение ты так нервничал ты был таким милым ты сейчас такой мой дорогой профессор хименюк боже как приятно вернуться после стольких лет правда игорь ну что за дела ну ты так и не проснулся подъем а Und jetzt ist die Frage, habe ich halluziniert? Habe ich das nur geträumt? Satiana scheint also in meinen Träumen allgegenwärtig zu sein. Wir gehen jetzt hier mal raus. Hier liegt eine Zeitung, okay. Wolken über Tschernobyl, ja, okay. Das scheint jetzt hier über die Nuklearkatastrophe zu berichten, dieser Zeitungsartikel. Okay, hier kann man das sogar dann noch übersetzt sehen, okay. Ich will es mal ganz kurz überfliegen. Es geht um das Reaktorunglück, um die Evakuierung von über 115.000 Menschen. 800.000 Hektar Agrarland. Sie wurden verseucht. Und 700.000 Hektar Wald. Eieiei, über Krebs wird geredet, von evakuierten Menschen, die dann später daran erkranken oder erkrankt sind dann. Das ist ja alles auch erwiesen. Also, das Spiel baut diesbezüglich auch faktentechnisch auf die Realität auf. So viel habe ich dann auch schon mitbekommen. Oh, jetzt kann ich... Oh, jetzt gucke ich hier raus. Okay. Ist auf jeden Fall stimmungsvoll. Also der Beginn gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Soll ja irgendwie so ein Zwischending aus Rollplay-Game, also RPG und Survival-Game sein. Und jetzt stapfe ich hier durch den Wald. Boah. Coole Kulisse auf jeden Fall. Hoho. Cool. Der Beginn gefällt mir gut. Ah. Tatjana. Immer wieder zerfällt Tatjana vor mir. Es ist schon gruselig, aber sehr gut inszeniert. Gefällt mir gut. Oh. Alter, habe ich einen Schreck gekriegt. So, duken geht. Hüpfen geht. Freunde, das ist halt, wenn man ein Spiel aufnimmt und meine angespielt Videos sind ja auch bis auf ganz wenige Ausnahmen tatsächlich so, dass ich sie in dem Moment, wo ich für euch die angespielt Videos mache, ist ja auch zum ersten Mal das Spiel. Ja, also das ist heftiger Schock-Effekt eben. Eieieieieieiei. Boah. Das sieht voll interessant aus. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich mal die Frage, ist das hier ein freies Areal, in Anführungszeichen, oder muss ich den Weg jetzt hier zwingen gehen? Eieieieieiei. Och, schön. Jetzt habe ich eine Knarre. Heißt aber auch nichts Gutes, oder? Okay. Ist sehr gut inszeniert, der Beginn, muss ich sagen. Irgendjemand greift nicht hier da und an. Ich laufe jetzt einfach mal weg. Boah, das scheint mir irgendwie nicht zu helfen, oder? Oh, oh, oh. Aber ich denke mal, das war jetzt geplant, oder? Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Kann ich tatsächlich hier totgehen, oder ist das jetzt... Bin ich jetzt ein Stück zurückgesetzt worden? Oder gehörte das jetzt einfach dazu? Oh, das ist natürlich hier schon wild. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt ist immer die Frage, ne? Ist das jetzt Halluzination? Ist das jetzt echt? Auf jeden Fall ein, wie ich finde, interessanter Beginn, der aber auch doch Fragen aufwirft. Runtergehen kann ich hier nicht. Da kann ich auch nicht hin. Kann ich hier an dem Baum hoch? Das ist alles ein bisschen eigenartig aus hier. Hier steht immer irgendwas mit drei Metern. Ah, hier ist ein Hinweis. Okay. Wir sind das Unvermeidliche. Okay. Das ist ja abstrakt. Also dieser Beginn ist ja absolut strange. Absolut wilder Beginn, muss ich sagen. Aber sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Okay, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Könnte schon vielleicht so eine Art Basis sein oder sowas. Werkstatt. Hier kann ich was herstellen, würde ich fast sagen. Da oben habe ich jetzt ein paar Teile. Ich denke mal, das könnte schon so eine Art Lager für mich sein. Mechanikteile immer schön aufheben. Interessant. Ein Beginn, den ich äußerst interessant finde. Aber wie gesagt, der durchaus auch, Moment, bei mir auch viele Fragezeichen hinterlässt. Ich fand den Beginn schon echt sehr, sehr gut inszeniert, definitiv. Und jetzt schauen wir uns hier einmal um. Ob ich jetzt hier noch irgendwas übersehen habe. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. Was immer das auch ist. Hier liegt auch noch mal was. Elektro-Teil. Kann man hier irgendwo rausgehen? Kann ja jetzt eigentlich nicht sein, dass ich jetzt hier nur in dieser Hütte rumhocke, oder? Schauen wir uns mal um. Hm, okay. Sieht aus wie ein bisschen so wie für ein verlassener Bunker oder sowas. Oh, eine Gasmaske. Das scheint jetzt natürlich in Tschernobyl auch keine so schlechte Ausrüstung zu sein. Gucken wir mal, kann ich jetzt hier irgendwas herstellen? Und vor allem, was hätte ich davon? Ein Portalgenerator. Klobiges Design, aber technisch höchst fortgeschritten oder fortschrittlich. Ein Hightech-Werkzeug, das Tschernobyl nutzt, um stabile Wurmlöcher zu erzeugen. Ach, du großer Gott. Kann ich jetzt hier ein Wurmlöcher erzeugen, oder was? Hier ist eine Tür. Na endlich. Aber wieso kann ich jetzt hier nicht raus? Hm, Freunde. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Beginn. Mechanik, Hightech-Werkzeug, das ist der einzige способ, um zu erzeugen. Ah, verstehe, verstehe. Was habe ich denn jetzt eigentlich hergestellt? Ach, so ein Portalgenerator. Verstehe, verstehe. Okay, strange. Die Uhrzeit da hinten. Oh, die Uhr rappelt. Was ist jetzt passiert? Ich finde es übrigens authentisch, weil Tschernobyl natürlich in Russland liegt, hier russische Sprache zu nehmen. Ihr könnt auch Englisch nehmen. Ja. Interessant. Interessant. Ein Beginn, den ich sehr stimmungsvoll finde. Und ich bin echt gespannt, was dieses Spiel im weiteren Verlauf echt zu bieten hat. Muss schon die Dialoge natürlich auch verfolgen, um die Story aufzusaugen. Ja. 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 Ich gehe jetzt also mit zwei, nennen wir sie mal Mitstreiter. Gehe ich zu einem Ort, der noch 200 Meter entfernt ist, wie ihr seht. Oha. Ist das der Kernreaktor? Ah, ich habe eine Taschenlampe. Das ist schon mal sehr gut. Ist echt strange. Oh, das ist eine Rückblende. Krass. Gefällt mir. Ich finde bei solchen Spielen echt immer cool, wenn ich im Vorfeld eigentlich fast gar nichts über die Spiele weiß. Ich habe hier tatsächlich nur gelesen, dass die Hauptfigur Igor heißt und seine Frau sucht, die vor 30 Jahren verschollen ist. Ich habe von dem Spiel selber vorher nichts gesehen gehabt. Jetzt haben wir hier den Kernreaktor, wie es aussieht. Eieieieieiei. Eieieieiei. Heftig, heftig. Interessante Geschichte hier, muss ich sagen. Anfang ist auf jeden Fall durchaus vielversprechend. Versprechend. So. Keine 10 Meter mehr. Ist natürlich auch relativ linear. Ich denke, das lässt sich am Beginn schon so ein bisschen ableiten, ob das immer so sein wird. Weiß ich nicht. Sprechen wir mal mit Anton. Wir bleiben lieber halbwegs fröhlich zu unseren Mitstreitern, weil ich denke mal, ich bin zuerst einmal auf die Jungs angewiesen. Jetzt soll ich also den nächsten Ort erreichen, okay. Und ich kann mich jederzeit ausmachen, duken kann ich mich auch. Hier hinten komme ich wahrscheinlich gar nicht durch. Ich könnte mir vorstellen. Ah, die Musikuntermalung. Kulisse, Grafik, Atmosphäre bis hier hin. Ein Titel, der mir auf jeden Fall vom ersten anspielen. Da hinten steht jemand, oder? Der mir auf jeden Fall gefällt. Leute, bis hier hin möchte ich das angespielt mal als kleinen Interessewecker belassen. Schreibt doch mal rein, wie ihr das empfunden habt, wie euch das gefallen hat. Die ersten Minuten des Spiels kann ja sicherlich auch Leute geben, die es schon kennen. Schreibt mal rein, was euer Fazit ist. Ich werde es weiterspielen und dann entsprechend in den nächsten Tagen dann auch zu diesem Spiel ein Test auf unserem Kanal. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug nach Tschernobylite mit mir gemeinsam gefallen. Wer es noch gar nicht kennt, übrigens kleine Infos, kostet im PSN-Store knappe 30 Euro. Und denke auf jeden Fall durchaus ein fairer Preis für das Spiel, würde ich jetzt mal so vom ersten geistigen Blick sagen. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Euch eine gute Zeit. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen netten Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Menga Gaming.